Das ist die englische Version. Ich klicke auf den gelben Wollblock um das deutsche Video zu sehen. Das sind die Schmerzen. Oder Stairs. Oder so. Wool oder Dirt. Oder so. Hier. 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 Wo die Blok spügt. Hier. Hier. Die Blok geben nichts mehr. So. Das Dakle ist nicht mehr hier. und das Produkt, so it will be connected again and the piston receives power, extends and the cable will be cut off and so on and you can connect a dispenser here like this and yeah it's pretty fast but it's very cheap so yeah it's very cheap yes and you can connect another piston here and wait a second sorry you can toggle this with a lever with a lever yeah it's pretty easy to handle and easy to build okay, thank you for watching this video and have a nice day and bye